Willkommen zu Let's Show Paper Mario Sticker Star Willkommen Wir sind hier gerade in so ein Paper Ding und wir gehen jetzt mal nach unten Denn ich muss damit noch was bearbeiten und deswegen gehen wir jetzt gemeinsam rein Oh mein Gott, ein Palast! What the hell, was ist da los? Na, was sagst du Mario? Ja, ich werde das jetzt ganz bestimmt nicht alles vorlesen, weil in diesen Spielen labern die sehr sehr viel Sorry, die Kamera hat kurz nicht scharf gestellt, ich habe das jetzt mal eben gemacht, dass die Kamera wieder scharf stellt Wie wunderbar! Ja, in der Tat Weiß ja nicht Okay, weiter geht's Ja, doch Weiß sowieso, dass man da erstmal nichts machen kann Boah, sind die uns noch voll lauer, ne? Vor allem dieser Toad Ich muss mal kurz die richtige Einstellung finden So, ich glaube jetzt ist es besser, oder? So So Ja, doch Die Leute wollen Gameplay sehen und nicht labern Danke Danke Gehen wir mal in den ersten Raum Oh Was da so abgeht Da rein Ich habe ja schon ein Unboxing zu Paper Mario Sticker Star gemacht Also könnt ihr auf jeden Fall mal ein paar Oh mein Gott, ey In Deutsch Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbei sehen, wenn ihr wollt Ist sehr sehenswert, finde ich Toll Okay Okay Mir scheint wir können ja nichts machen Wir können ja mal nach oben gehen Vielleicht Vielleicht ist da ja irgendwas Nö Da ist auch nichts Aber warum Bitte Warum zum Teufel sind denn da Treppen Wenn man da doch gar nicht Wenn da oben gar nichts ist Lol Ach doch Jetzt seh ich's Ja Jetzt seh ich's Aber hier kommen wir ebenfalls nicht weiter Können wir mal kurz gucken, ob das da auch so ist Hier in den blauen Bereich Wenn ja Dann ist es immer ein Fehler Entschuldigung Hier sind aber gleich zwei Eingänge Aber ich glaube, dass wir hier nichts machen können Wir können ja mal kurz vorbei sehen Nö Hier ist nichts zu machen Da brauchen wir erst mehr Sticker Nun gut Egal Hatte ich eh nicht vorgehabt jetzt Gut Dann verlassen wir Den Raum Und Gehen weiter Musik ist hier voll cool Muss man sagen So ich seh jetzt mal eben wieder in den Brunnen ein Wartet mal kurz So Das muss ich jetzt auf dem Touchscreen machen Also das seht ihr jetzt nicht wirklich Außer jetzt halt das was ich jetzt mache Ich muss ihn Das Boden ja wieder aufkleben Ich hab da gerade so einen Topf befreit So So Der Boden steht wieder Gern geschehen Weiter geht's Ich muss mal hier gucken In den Laden Vielleicht gibt es da ja was Die 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 Ich brauche eine Feuerblume und Einen Giftpilz Aber wie ich sehe hast du das nicht Na toll Wo kriege ich jetzt Die zwei Items her Weil ich brauch die mir nicht sonst komm ich nicht weiter Ja Ich brauch die in Welt 2 Ich muss da diesen Diese Dieses Tor Muss ich da mit den Stickern Ran machen Ich kann euch das nochmal kurz zeigen Und könnt ihr da mal hingehen Aber Ne Der hat jetzt kein Item Ich hab jetzt kurz überlegt Deswegen bin ich stehen geblieben Aber der hat leider nicht das Was ich brauche Nun gut Zur Weltkarte Yes So Gespeichert wird auch Was eigentlich unnötig ist Gut Dann gehen wir mal Hier hin Denn hier ist das mindlich Aber ich kann euch sagen Wir Werden hier nicht weiterkommen Ist ja da so Denn ich habe die Items nicht Und ich weiß auch nicht wie man sie bekommen kann Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben Wie man das hier macht Wie man diese zwei Items bekommt Außer durch Zufall in der Welt rumlaufen Denn mir fehlt hier der Giftpilz Wie ihr schon seht Und die Feuerblume Ja doch Wie sie mich voll labert Achso Darf ich mich mal aufgeben oder was Oder muss ich Ach Falsche Taste gedrückt Falscher Knopf Jetzt fehlt mir hier Zwei Solcher Sticker Die ich aber nicht habe Ja Das ist unschön Das ist unschön Aber Oh Hier liegt ja noch ein Sticker Gleich mal mitnehmen Und Ich würde sagen Machen wir noch ein Kampf Damit ein bisschen Action in den Part kommt Und dann ist die Let's Show vorbei Weil ich kann euch ja nichts zeigen Ich habe hier Bereits Ich komme hier nicht weiter Deswegen das es ihr wieder gefragt Schreibt mir gerne in die Kommentare Wie man diese Items bekommt. Wäre jedenfalls sehr nett. Und der Kampf ist ja hier für die Luschen. Denn das war gar nichts. Das war total leicht. Gibt es auch ein paar Münzen. Und ein Dings, wer heißt es? Ein Sticker. Nun gut. Das soll es gewesen sein. Eine kurze Let's Show. Aber gut. Ich bin da gekommen, ich will... Oh, okay. Ich bedanke mich wie immer fürs Ansehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Habt einen schönen Tag und ciao.